Nummer 1 sind wir und dann bin ich mal gespannt. Wir können nachher mal zusammen abstimmen, was ihr so für ein Ranking hättet. Ich werde mir erstmal alle angucken, aber es ist natürlich auch blöd, wenn man noch nicht in jedem Stadion war, aber man kann es ja trotzdem sagen, so von der Optik her, wie es einem gefällt. Ich mache mich mal nach unten links. Like lassen wir beim guten Thiele vorher natürlich da. Stadion Ranking, 2. Bundesliga, wer hat das beste Stadion, wer das schlechteste? Das ist natürlich auch eine Frage von den Kriterien. Wonach geht man da? Und natürlich für jeden, der einen eigenen Klub hat, für den er ist, wie bei uns Hertha, hat natürlich das Stadion des eigenen Vereines noch einen Wert darüber hinaus, als man das nur rational beurteilt. Fassungsvermögen, Modernität, keine Ahnung, was man da als Maßstäbe noch nehmen könnte. Zugangsmöglichkeiten, Anfahrt, Logen, Sitzplätze und so weiter. Aber es geht ja viel auch um eine Atmosphäre, weil ich meine, diese ganzen neuen Stadien, die so Baukastensystem mäßig aussehen, die sind vielleicht effektiv und auch auf dem modernen Stand, aber die haben irgendwie nicht so eine richtige architektonische Seele für mich, wie ein Stadion halt haben sollte. Die sehen immer aus wie dieses nicht benannte FIFA-Stadion, also vom FIFA-Karrieremodus, was du auswählen konntest für deinen Klub, was einfach so ein Standardstadion für die 1. Liga war. Ich finde solche Rankings totaler Mist, wenn man nicht in allen Stadien war. Ja, vielleicht war er ja in allen. Ich war auf jeden Fall nicht in allen, aber wir gucken es uns gerne auf jeden Fall mal an. So. Hallo Freunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum Stadion-Ranking der 2. Bundesliga. Aktuell ist ja Länderspielpause, an den vergangenen Tagen war keine 2. Bundesliga und deswegen ist es meiner Meinung nach auch ein guter Zeitpunkt hier auf Kick-Off mal wieder ein Ranking zu machen zur 2. Liga und wir blicken heute mal auf... Waldstadion hieß das, stimmt. ...18 Stadien. Ich renke diese von Platz 18 bis hin zu Platz 1, sprich, wer das beste Stadion, wer das schlechteste und beziehe mich dort vor allem auf verschiedene Punkte, wie zum Beispiel die Lage vom Stadion, das Aussehen erst recht, aber auch die Stimmung und inwiefern es einfach für die 2. Bundesliga... Die Frage ist ja bei der Stimmung auch, sagst du jetzt, was da für eine Stimmung möglich ist in dem Stadion oder was für eine Stimmung der Verein dort macht? Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, weil es gibt sicherlich auch Stadien, wo bestimmt eine richtig krasse Stimmung im Stadion möglich wäre. Wenn wir jetzt mal in der 1. Liga dran denken... Also selbst bei Wolfsburg ist ja jetzt Baukastensystem und so weiter, aber wenn du da, keine Ahnung, eine Mannschaft hast mit krassen Supportern, vielen aktiven Fans, dann kannst du da eine richtig geile Stimmung drüber machen, kannst richtig Hexenkessel draus machen. Aber ist es halt nicht. ...in einer gewissen Art und Weise ein Mehrwert ist. Natürlich ist das auch sehr viel persönlicher Geschmack, es ist eben kein sachliches Ranking und somit kann ich gar nicht mit meiner persönlichen Meinung jeden von euch widerspiegeln. Umso interessanter natürlich aber auch darüber zu diskutieren, welche Stadien ihr möglicherweise anders ranken würdet. Also, lasst uns mal reingehen in mein Stadion-Ranking der 2. Bundesliga in der aktuellen Saison. Wir haben ja die ganze Geschichte auch vor einem Jahr schon mal gemacht, für die damalige 2. Liga und ein Verein war dort nicht mit dabei. Wer von euch war schon mal im Wien-Wiesbaden-Stadion? Ich persönlich war es nicht, aber es spricht mich auch nicht an. Das hat eine Ebene quasi, ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen, wird ja gleich sagen, übelstes Baukastensystem. Klar, für irgendwie einen Drittligisten oder so ist es okay. Und dadurch, dass die sowieso nicht so einen hohen Zuschauerandrang haben, ist es auch okay. Aber für mich ein seelenloses Stadion, ja, keine Ahnung. Also, da fand ich zum Beispiel, da war ich jetzt hier noch nicht in Wien, aber da fand ich zum Beispiel das Stadion von Jena deutlich geiler, als das Stadion von Wien, oder finde ich deutlich geiler, als das Stadion von Wien, Wiesbaden. Und die spielen in der 4. Liga. Das ist nun mein Tabellenletzter. Wien, Wiesbaden. RB hat an sich ein geiles Stadion, würde da mal richtige Fans drin sein, man da schon echt was verschaffen. Ja, was mich bei RB stört, das hieß früher, glaube ich, Zentralstadion, was sie umgebaut haben. Was ich bei RB geil finde, bei dem Stadion, dass es quasi im Boden eingelassen ist, beziehungsweise in den Hügel. Also, du gehst nach oben und das Stadion ist dann unten drin. Also, das hat schon was. Und ich finde auch die Architektur eigentlich ganz nice. Aber mich nervt das immer, wenn du da ein schön reines Fußballstadion hast, dass du trotzdem nicht ganz nah am Spielfeld bist. Also, das ist dann trotzdem, das ist auch in Hannover ja so, werdet ihr, die da noch nicht waren, am Freitag dann sehen. Du hast ein reines Fußballstadion, aber es ist trotzdem noch zu viel Distanz zwischen Werbebande und Tribüne, für meine Begriffe. Warten mit der Brite Arena. Gute 15.000 Zuschauer passen hier rein. Durchschnitt. Das ist halt so ein Stadion wie Paderborn, so ein bisschen. Ich komme und sieht von außen aus wie so eine Spielbank auf einer Autobahnraststätte. Es war nur etwas unter 10.000 Leute zu den Spielen. Also, das Stadion ist oftmals nur zu zwei Drittel gefüllt. Es liegt mitten in Wiesbaden und ich war bislang einmal da und muss zugeben, ich habe es von außen erst gar nicht erkannt. Also, das gefiel mir von meinem persönlichen Geschmack her überhaupt nicht und auch von innen ist es halt nur so, naja. Ja, die Stimmung war normal. Da gibt es sicherlich deutlich bessere. Es kann halt einfach grundsätzlich deutlich voller sein. Im Gesamtpaket mit meinen persönlichen Eindrücken ist das einfach der letzte Platz in der zweiten Bundesliga. Und dann kommen wir auf Platz 17 zu einem Verein, den ich persönlich sehr mag, den ich auch in der zweiten Bundesliga seit... Habe ich mir schon gedacht. Relativ ähnliches Stadion, müsste auch so 15.000 Fassungsvermögen haben. Bentela Arena heißt die, müsste er dann genauso bewerten. Also selbst die eine Ebene, die sie haben, ist so krass klein, ist halt nichts Besonderes. Und dann auch vom Stil her nicht wirklich individuell, architektonisch ausgebaut. Und wo ich auch schon einige Male im Stadion war, der ist die Paderborn mit der Home Deluxe Arena. Hier auf dem Bild steht noch Bentela Arena. Home Deluxe. Die heißt aber ja seit der vergangenen Saison Home Deluxe Arena und bietet Platz für 15.000 Zuschauer. Meistens ist sie schon durchaus voll, aber auch nicht immer. Gebaut wurde die ganze Geschichte 2008. Das Stadion liegt außerhalb der Stadt, hat eine durchaus gute Anbindung auch an die Autobahn. Und vom Aussehen her, ja, sagen viele dazu, das ist viel zu viel Blech auch von außen. Innen ist es irgendwie komische Katakomben. Es ist halt nicht wirklich richtig schön. Das muss man sicherlich schon auch aus Neutraler... Was auch komisch ist bei diesem Stadion, dass die sowieso schon so eine kleine Tribüne haben, aber diese Tribüne trotzdem relativ hoch gesetzt ist. Also der Rang fängt relativ hoch trotzdem an. Das sieht irgendwie komisch aus. Ganz klar so sagen. Die Stürmung, die ist meistens aber schon ganz gut. Man merkt auch einfach generell, die Paderborner sind zu... Bielefeld hat Glück, dass sie abgestiegen sind und nicht im Ranking vorkommen. Bielefeld war ich ja auch schon mal. Die haben ja... Ich glaube, als ich da war, hatten die noch nicht mal... Die haben auf der Gegentribüne jetzt auch noch eine Tribüne. Das hatten die damals noch gar nicht. Da war nur so eine ganz kleine Reihe. Ich glaube, das waren Stehplätze. Aber das hat für mich mehr Seele als so ein Wien-Wiesbaden-Stadion oder so ein Paderborn-Stadion. Also von der Architektur ist natürlich auch viel zusammengewürfelt, weil es über die Jahre entstandene Tribünen sind. Aber irgendwie hat... Wie heißt denn das Stadion mittlerweile von Arminia Bielefeld? Hat das irgendwie... Das hat einen Flair. Also finde ich viel geiler als die beiden Stadien hier zum Beispiel. Oh, Mario ist am Start. Grüß dich. Mit dem, was sie haben, mit dem, wie sie sind, mit dem, was eben auch der Verein so erreicht. Nicht mehr, nicht weniger. Ich finde, es ist ein kleines, aber feines Stadion. Man ist nah dran am Spielfeld. Es ist einfach generell etwas anders als viele andere, aber trotzdem halt nur unterer Durchschnitt der zweiten Bundesliga. Und wenn man eben dann die Stadien miteinander vergleicht und die Stadien so rankt... Ja, es ist halt... Ja, von außen sieht es auch nicht geil aus. Es ist halt alt und irgendwie zusammengewürfelt. Bielefeld hat aber irgendwie einen Charme, hat das für mich. Schiko Arena hieß die früher, oder? Heißt die immer noch? Irgendwie... Ich weiß nicht. Es hat irgendwie so einen... Also früher... Ich weiß auch nicht. Es hatte irgendeinen Charme, hat es. Dann kann halt Paderborn nicht weit oben stehen. Dann reicht es auch nicht für die obere Tabellenhälfte. Dann ist es hier Platz 17. Aber auch nur dicht gefolgt von Platz 16 und der SV Elversberg mit der Ursa Farm Arena an der Kaiserlinde. Kann ich überhaupt nicht bewerten. Die sind ja auch noch im Umbau, glaube ich. Oder sind die jetzt mittlerweile fertig? Die haben ja... Keine Ahnung, vielleicht würde ich das sogar noch weiter runter ranken. Kann ich keine Bewertung abgeben? Kann ich von außen nicht einschätzen? War ich noch nie da? Keine Ahnung. Was bietet diese für 10.000 Zuschauern? Also in der ersten Liga kann ich da, glaube ich... In der ersten Liga kann ich da, glaube ich, meine Meinung besser zu sagen. Der Schnitt liegt aber trotzdem sogar darunter bei knapp unter 9.000. Es liegt außerhalb von Elversberg an der Autobahn und ist natürlich jetzt rein von den Bildern, rein von den Fernsehbildern, die man so sieht, einfach ein unfertiges Stadion. Und es ist schon durchaus älter und man merkt einfach, dieser schnelle sportliche Aufstieg geht eben dann bei vielen Vereinen immer deutlich schneller als der mögliche Anstieg der Infrastruktur. Ich persönlich war noch nicht dort, kann somit wenig zur Stimmung sagen. Die kommt bei mir jetzt als Fan vor dem Fernseher oftmals relativ normal rüber. Und ja, ich finde aber am Ende reden wir halt hier über ein Stadion, was einfach noch nicht perfekt wie die zweite Liga ist. Und somit hier bei mir auf Platz 16 landet. Platz 15 geht an Gräuter Fürth. Die hatten auf jeden Fall mal die geilsten Stadionnamen. Ist auch kein cooles Stadion, ist auch völlig langweilig. Einfach einzelne Tribünen aneinander. Playmobil-Stadion, wie heißen die jetzt? Die haben immer auf jeden Fall lustige Namen gehabt, aber ist auch so in dem Bereich angesiedelt. 15.000, keine krasse Stimmung. Langweiliges Stadion. Die zweite Liga ist aber auch wirklich nicht so ein geiles Stadion-Ranking, weil da die Unterschiede einfach so krass groß sind. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal das Bundesliga-Ranking reinziehen. Bundesliga-Stadion-Ranking. ...Sporthof Ronhoff-Thomas Sommer. 16.626 Leute. Wie heißt er? ... und den Sporthof 16 landet. Platz 15 geht an Gräuter Fürth und den Sporthof Ronhoff-Thomas Sommer. Das ist schon wieder für ein wilder Name. 16.626 Leute passen hier rein. Der Schnitt liegt aber nur bei 11.000. Hier hat der Fürth auch bereits 1910 gespielt. Das liegt auch mitten in Fürth. Somit steckt dort ordentlich Tradition auch drin. Ich finde, ein Schmuckstück ist... ... eine Trolli-Arena hießen die, glaube ich mal. ... auf jeden Fall was anderes. Es gibt zwar auch deutlich schlimmere Stadien, es gibt aber auch deutlich bessere. ... und die Stimmung ist größtenteils okay. Was ich da ganz interessant finde, selbst in Liga 1 waren oftmals viele Spiele nicht ausverkauft. Noch das ist für mich einfach ein wichtiges Indiz. Ich finde, vom Aussehen her ist es, naja, die Stimmung ist, naja. Und deswegen ist mehr als Platz 15 dann für mich hier auch nicht drin. Platz 14 haben wir dann Eintracht Braun. Boah, das Stadion ist wirklich absolute Katastrophe. Man muss sagen, wie man jetzt auch immer zu den... ... wie man den Klub und die Fans findet, aber... ... für das, was Braunschweig die letzten Jahre so abgeliefert hat, haben die eigentlich schon eine stabile Fanbase. Machen auch immer gut Stimmung, aber das Stadion ist der absolute Rotz. Du hast ein kleines Stadion mit einer Laufbahn. Eigentlich siehst du überall Scheiße. Und dann sind die Tribünen trotzdem noch so klein. Also, furchtbare Stadionen. Weder im Sommer noch im Winter, finde ich, kann man da sagen, boah, geil, dass ich hier in diesem Stadion bin, vom Stadionerlebnis. Ganz furchtbar. Ich glaube, wenn die Fans da nicht halbwegs gut wären, würde ich das noch schlechter ranken, weil bei den anderen sitzt du wenigstens nah dran. Ike mit dem Eintracht-Stadion. Hier passen 23.325 Zuschauer rein. Der Schnitt liegt bei ca. 20.000. Also auch hier können durchaus noch mal mehr kommen. Ich war bislang einmal da. Es liegt außerhalb der Stadt. Es ist eine gute Anbindung auf jeden Fall gegeben. Und auch die neue Fassade bei der Haupttribüne, die ist auf jeden Fall ganz schick. Der Rest ist halt dann doch schon sehr in die Jahre gekommen. Und auch von der Stimmung her, muss man sagen, ist die Fankurve echt stark. Die Laufbahn macht natürlich dann aber auch wiederum vieles kaputt. Plus auch auf den anderen Plätzen ist jetzt nicht die mega krasse Stimmung gegeben. Und deswegen ist es für mich dann auch nicht mehr als Platz 14. Weiter geht es. Nee, Stimmung ist gut, Fanbase. Kann man nicht sagen. Stellt euch jetzt mal zum Beispiel, ist ja nicht weit voneinander entfernt, ist auch, glaube ich, bei denen Derby. Braunschweig-Fans im Wolfsburg-Stadion vor, da würden die auf jeden Fall besser Betrieb machen, würde ich mal so schätzen. Aber das Stadion ist eine Katastrophe für mich. Finde ich vielleicht, wirklich, finde ich ohne Witz. Ich war zwar noch nicht in Wenen und auch nicht in Paderborn, war ich da schon mal? Weiß ich gar nicht. Aber dieses Stadion im Braunschweig finde ich eine Katastrophe. Holstein-Kiel und... Also wenn du eine Laufbahn hast und dann nicht wenigstens so eine Architektur wie im Olympiastadion, hast du für mich schon verloren. Im Holstein-Stadion bietet Platz für 15.004... Das ist halt eine... Also Holstein-Kiel-Stadion ist halt komplett zusammengewürfelte Stadion. Aber hat irgendwie so ein Flair, als ob du im Karrieremodus in der zweiten englischen Liga anfängst und irgendeinen Club wie Lutentown nimmst und dann so ein Stadion hast. So ein Flair hat das irgendwie. Aber es ist halt wirklich Tribüne an Tribüne, einfach nur einzeln aufgebaut. Es ist halt... Es ist nicht mal wie so ein richtiges Stadion, sondern einfach alles irgendwie einzeln aufgebaut. 35 Zuschauer. Der Schnitt liegt hier bei 13.000. Generell gebe ich hier ganz gerne den Zuschauerschnitt dann auch eben mit an, wenn es dort seriöse Daten gibt, weil das gibt ja auch durchaus dann ein gutes Indiz dafür, wie stark eben auch dann die Spiele so... Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich hat so ein Stadion auch trotzdem irgendwie... Ist wieder wie bei der Schüko-Arena. Mehr Flair, weil du sitzt ja trotzdem auch nah dran, als zum Beispiel so ein Wehen-Wiesbaden-Stadion. Das Holstein-Stadion liegt außerhalb der Stadt, in der Nähe der Ostsee. Und allein das ist natürlich dann schon was Besonderes. Der Verein hat auch dort in den vergangenen Jahren investiert. Man merkt aber eben auch, die zweite Bundesliga ist immer noch nicht selbstverständlich für diesen Klub. Und ich war dort bislang einmal vor Ort, allerdings leider nur außen. Und das ist halt dann auch nicht alles so optimal. Es wird generell alles so, ja komm, da mal eine Tribüne, da noch mal eine kleine zwischendrin reingebaut, damit es eben einfach erst... Wie gewürfelt. ...alles passt. Also es ist kein megaschönes Stadion. Die Atmosphäre, die kommt aber meistens schon ganz gut rüber. Und deswegen für mich eben dann ein Mittelfeldplatz. Überein, Stadion wurde hier im Vergangenen... Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, das KSC-Stadion. Gut, war ich jetzt noch nicht da im neuen Wildpark. Aber ich finde, es sieht optisch von außen interessant aus. Ist ja auch auf so einem Hügel. Ich habe ja da schon ein paar Stadion-Vlogs gesehen. Ich finde die Tribüne interessant. Ich finde die Größe gut. Du sitzt nah dran. Ist weniger Baukasten als manch anderes Baukasten-Stadion. Ist aber am Ende auch wieder ein Baukasten-Stadion. Aber ich finde diese Architektur draußen mit diesen Pfeilern eigentlich noch ganz nett. Auch hier oben auf dem Dach drauf. Ja, ist halt so wie so ein Augsburg-Stadion und so. Und ich finde die Präsentation auf so einem Hügel ganz cool. Ja, kann man Mittelfeldplatz geben, aber würde ich vielleicht sogar noch schlechtere finden in der zweiten Liga. In der zweiten Liga-Ranking sehr viel diskutiert. Und das war das vom Karlsruher SC. Dieses Mal landet bei mir der BB-Bank Wildpark auf Platz 12. Hier haben 34.302 Fans Platz. Die durchschnittliche Anzahl liegt aber nur bei 27.880. Es wurde in den letzten Jahren ja auch komplett umgebaut. Es liegt oberhalb der Stadt. Für mich auch auf jeden Fall cool gelegen. mitten im Wald. Ich war einmal dort jetzt auch vor Ort. Konnte das alles mal miterleben. Ah, bei dem legendären 0-3 von Schalke war er wahrscheinlich vor Ort. Deswegen sicherlich auch ganz gut hier beurteilen. Ich finde von außen... Also Nürnberg finde ich auch eine absolute Katastrophe. Ich sage euch so eine... Ich finde Laufbahnstadien so schlimm. Ich finde es bei Hertha auch schlimm, aber ich habe bei Hertha diesen Bezug zum einen. Zum anderen ist die Laufbahn blau. Das sieht noch cool aus und es ist ein neues, umgebaute Stadion und das Olympiastadion hat einfach eine Wucht. Alle laufbaren Stadien sind für mich schlechter als jedes. Es sei denn, es hat irgendeinen Flair. Zum Beispiel Olympiastadion München hat auch noch irgendwie so einen Flair. Kann man irgendwie nicht beschreiben. Aber diese... Ey, Nürnberg-Katastrophe, richtig schlimm, auch von den Tribünen her, finde ich richtig scheiße. Ähm, ich finde, Braunschweig-Katastrophe, also die wären für mich auf jeden Fall mit Playmobil-Stadion, Wien, Wiesbaden und so weiter ganz unten. Also Nürnberg hat er doch hier nur gut bewertet, weil er mit den Nürnbergern befreundet ist, aber Nürnberg-Stadion feiere ich auch null. Ist das Design durchaus gut gelungen. Es ist halt ähnlich, wie aber halt auch bei neuen Stadien. Von außen eben dann mit einer gewissen Stangenoptik. Freiburg hat es nochmal ein bisschen anders. Augsburg hat es nochmal ein bisschen anders. Hoffenheim auch nochmal. Also da sind alle irgendwie in einer gewissen Art und Weise ähnlich. Die Katakomben sind dann relativ frei. Und von innen ist es halt auch ähnlich. Und das gefällt mir halt nicht ganz so gut. Klar, der alte Wildpark, der musste modernisiert werden, hätte natürlich auch extrem viel Charme. Du musst dann eben auch mal neue Stadien bauen oder halt so ein Stadion komplett umbauen. Das gehört natürlich auch dazu. Ich finde es aber immer sehr, sehr schade, wenn es eben dann rein vom Aussehen her ein Stadion ist, was gefühlt überall stehen könnte. Es ist schön, dass es neu ist. Ich habe mich dort auch durchaus wohl gefühlt. Auch die Stimmung war wirklich gut. Viel mehr als Durchschnitt. Und somit auch für mich Platz 12 ist das aber nicht. Denn dann... In der Bundesliga würde ich vielleicht auch sagen Durchschnitt, aber Nürnberg finde ich wirklich ganz schlimm. Steckt für mich auch in einem solchen Stadion, wie zum Beispiel vom Vorfeld aus... Das hat irgendwie Flair das Stadion, muss ich auch sagen. So Bremer Brücke, so typisches Drittliga-Stadion, hat Atmosphäre, da sind auch immer viele Zuschauer, machen gute Stimmung. Das hat irgendwie Flair. So ein typisches Stadion, wo Hertha sonst in meiner ersten Runde auswärts rausgeflogen wäre. ...brück an der Bremer Brücke, nochmal einen Ticken mehr drin. Hier passen 60.000 Zuschauer rein, es ist eigentlich immer voll. Es liegt direkt in Osnabrück und allein das ist natürlich schon was Besonderes mit den Wohnhäusern auch direkt da rum. Es ist für mich dann eben auch so ein typisches Zweitliga-Stadion von einem etwas kleineren Verein. Ich habe es bislang auch leider nur von außen sehen können, aber wie man auch immer wieder hört, ist dort ein wirklich sehr besonderer Flair. Es ist eine immer gute Stimmung da und das passt einfach hier in die zweite Liga. Es ist eine traditionsreiche Spielstätte, die mir auch auf jeden Fall ganz gut gefällt und deswegen landet es bei mir hier auf Platz 11. Und dann kommen wir so langsam zu den Top-Stadien der 2. Bundesliga, zu den Top-10 und dort habe ich mich dann für Hansa Rostock und dem Ostseestadion entschieden. Hier haben ja 29... Frechheit, dass Nürnberg besser als Platz 10 ist. ...leute Platz... Also insgesamt meine ich nicht wie in Rostock. ...das ist eigentlich immer ausverkauft und von 1954. Von der Lage her ist es nahe der Innenstadt, auch relativ nahe der Ostsee und das ist natürlich schon wirklich sehr speziell. Die Flutlichtmasten, die sind auf jeden Fall von außen sehr imposant. Ich finde es auch grundsätzlich von außen ganz gut gelungen, innen halt relativ normal. Von der Stimmung her war ich leider noch nicht da, das wird sich aber sicherlich bald ändern. Kann somit nicht ganz so viel dazu sagen, die kommt aber echt immer sehr gut rüber. Was da halt wirklich ungünstig ist und dadurch muss man auch oftmals ein paar Plätze sperren, ist halt, dass der Auswärtsblock direkt neben der aktiven Rostocker Fanszene ist. Da muss man sicherlich da mal irgendwann auch eine Lösung finden. Aber... ...safe, geht eigentlich gar nicht. Es ist trotzdem ein cooles Stadion und ein traditionsreiches Spiel steht und deswegen auch hier für mich auf Platz 10. Obere Tabellenhälfte starten wir dann mit dem 1. FC Magdeburg und der MDCC Arena. Hier bietet die Arena Platz für 30.098 Zuschauer. Schon in Liga 3 war diese wirklich gut besucht. Der Schnitt liegt aber irgendwie laut offiziellen Zahlen nur bei 25.000 Leuten. Weiß ich genau, woran das liegt. Vielleicht auch dort, weil man immer wieder Abtrennungen machen muss zum Aus... Da sind oft Abtrennungen beim Auswärtsblock, ja. ...Blog, wodurch ein paar Plätze draufgehen. Vielleicht ist der Schnitt auch nicht ganz richtig, weil eigentlich sieht Magdeburg Stadion im Fernsehen zumindest immer sehr voll aus. Es liegt etwas außerhalb der Innenstadt. Für mich aber ganz gut gelegen. Ich war eben auch bereits dort vor Ort und fand es vom Aussehen her so, naja. Also von außen ist das halt nicht wirklich wunderschön. Also zum Beispiel finde ich das Stadion so optisch gesehen erstmal schlechter als das vom KSC. Alleine außen, von außen, von der Architektur. Schön, man will aber auch in Zukunft investieren. Man ist einfach zufrieden dort, wo man steht. Weiß ganz genau, was man zu tun hat. Aber das geht man ganz seriös und langfristig an. Die Stimmung, die ist auf jeden Fall richtig stark für die 2. Liga. Da machen teilweise echt alle Magdeburger mit. Und das hat mir auf jeden Fall, wo ich da war, echt gut gefallen. Im Gesamtpaket deswegen für mich hier auf Platz 9. Auf Platz 8 landet... Na, ne. Also das ist ja wohl bodenlos, mein lieber Tide. Grüße gehen raus. Olympiastadion hinter dem Nürnbergstadion. Also das kann mir ja keiner erzählen. Das kann mir keiner erzählen. Bei aller Neutralität. Hier das Berliner Olympiastadion von Hertha BSC. Vielleicht würden es manche höher ranken. Ich kann es aber auch, glaube ich, zumindest mal ganz gut erklären. Denn hier passen 74.475 Leute rein. Somit haben wir hier auch mit Abstand das größte Stadion in der 2. Bundesliga. Und es ist natürlich eine extrem traditionsreiche Spielstätte. Es liegt ja beim großen Olympiagelände im Westen von Berlin. Und ich finde, vom Aussehen her ist es wirklich wunderschön. Es ist für mich das schönste Stadion der 2. Bundesliga. Vor allem eben auch von außen. Aber wir kommen eben auch dann durchaus zum Problem. Denn es ist und bleibt halt einfach kein Vereinsstadion. Wir haben keine Stehplätze. Man ist zu weit weg vom Spielfeld, durch die Laufbahn. Dadurch auch immer wieder, weil es eben auch so groß ist. Und das mit den Stehplätzen finde ich irgendwie gar nicht so schlimm. Klar hat es auch irgendwie einen Charme. Aber ich hatte mich so gewöhnt. Gerade auch, dass man in der Ostkurve, auch wenn man früh kommt, sitzen kann und so weiter. Das finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil das siehst du, wenn die Ostkurve dann voll ist, auch gar nicht so richtig, meiner Meinung nach. Die stehen ja dann sowieso alle. Stimmungmäßig, nicht von uns, aber ist natürlich bitter, weil kein richtiger Schall erzeugt werden kann. Alleine, weil es hinten offen ist, klar. Aber Nürnberg vor Hertha zu setzen, ist ja wohl ein Witz. Es sind viele leere Plätze, was ja auch bereits in der Bundesliga ein Problem war. Rein stimmungsmäßig versucht die Ostkurve aber alles. Und die macht eine richtig tolle Stimmung. Ja, immerhin sagt er das. Und trotzdem muss man halt sagen, es ist ja ein wunderschönes Stadion für ein Pokalfinale. Für Länderspiele zum Beispiel wirklich auch perfekt. Es ist aber von mir jetzt hier leider nicht weiter oben gerankt, weil es einfach für den Vereinsfußball, für Hertha BSC ungünstig ist. Die Fans machen aber trotzdem das Beste raus. Also, naja, da gehe ich nicht mit. Das beste Stadion hat vielleicht Hannover 96 auch nicht. Trotzdem für mich hier weit oben mit der Heinz-von-Heiden-Arena auf Rang 7. Also für die Zweitliga ist Hannover schon ein geiles Stadion. Ist auch generell ein ganz gutes Stadion. Aber nochmal, es ist jetzt auch nicht weit weg. Aber es ist halt auch nicht komplett nah dran mit diesem Ringen. Und selbst bei der Gegen- und Haupttribüne hast du noch diese Lücke. Das wäre für mich ein Abzug auf jeden Fall in der B-Note. Aber ansonsten ist es schon ein ganz cooles Stadion. 49.000, es gibt aber auch hier oftmals viele leere Plätze. Man ist ja hier an dem Standort bereits seit 1954. Es liegt nahe der Stadt am Maschsee. Und mir gefällt es vom Aussehen her sowohl von außen als auch von innen sehr, sehr gut. Ich war ja auch bereits mehrere Male dort. Die Stimmung war... Eben, wir sind in den Top 30, was Zuschauer angeht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, da reist natürlich der Durchschnitts... Wir können natürlich das Durchschnittsranking auch einfach hochreißen durch die ausverkauften Spiele, was andere Vereine dann nicht können, weil die eben kein Fassungsvermögen von 74.000 haben. Das ist klar, aber trotzdem. Es ist für mich Minimum Platz 3 in der zweiten Liga. Natürlich zu früheren Zeiten nochmal besser, weil es eben auch dort eigentlich die Woche für Woche ausverkauft war. Der aktive Kern, der ist auch weiterhin top. Problematik dort ist aber durchaus die Akustik, wodurch der Auswärtsblock oftmals deutlich lauter ist als der Heimblock, was natürlich dann schon ein bisschen ungünstig ist. In Summe für mich aber ein wirklich schönes Stadion. Ich bin sehr, sehr gern... Ich habe halt geile Spiele immer in Hannover erlebt und vor allem... Also auswärts und vor allem hat es auch irgendwie was, dass du so als Auswärtskurve oben bist. Irgendwie hat es auch was. Ah, es ist halt echt schade, dass da meistens viele leere Plätze sind oder einige leere Plätze sind. Trotzdem für mich ein Top-Stadion hier in der zweiten Bundesliga. Und dann kommen wir zum nächsten großen... Das ist für mich absolute... Hier, es sieht wirklich auch schon wieder aus von außen wie... Ja, wie eine Spielarena, wie es da schon steht. Ich fand das Stadion, obwohl da ja über 50.000 reingehen, trotzdem irgendwie so Baukasten-mäßig nicht krass besonders. Aber es ist auch nicht schlecht für die Zweitliga. Es ist auf jeden Fall in den Top-Stadien. Was ich optisch immer nicht geil fand, ich weiß gar nicht, ist das noch so, dass die Sitzplätze irgendwie alle unterschiedliche Farben haben? Habe ich überhaupt nicht gecheckt. Aber ansonsten ist es schon ein geiles, reines Fußballstadion. Muss man schon sagen. Aber ich habe da absoluten... Ich habe da absoluten... Absolutes Trauma. Dennis, sagen wir mal ein bisschen Containerdorf-Style. Stimmt. ...Stadion hier und das ist das von Fortuna Düsseldorf mit der Mercospiel-Arena, wo ja 54.600 Leute reinpassen. Ähnlich wie in Düsseldorf, ähnlich wie in Hannover, haben wir aber auch hier das Problem, dass es oftmals viele freie Plätze gibt. Auch deswegen kam mir die Idee mit Fortuna für alle auf kostenfreier... Digga, wo macht der denn Nürnberg bitte hin? ...für jeden Fortun, damit man eben das Stadion etwas voller bekommt. Es ist ja von 2004. Es liegt am Rhein außerhalb der Stadt. Und ich finde es von innen und auch von außen wirklich sehr gelungen. Das gefällt mir echt immer richtig gut, wenn ich dort vor Ort bin. Klar ist aber auch, wenn man dann diesen Durchschnittswert an Zuschauern so sieht, dann ist es einfach etwas zu groß für die zweite Liga. Bin gespannt, in welche Richtung es eben dann geht. Mit Fortuna für alle bei vollem Haus. Und das war ja unter anderem diese Saison, wo ich auch dort war gegen Lautern. Ist das aber wirklich eine richtig tolle Stimmung. Deswegen fühle mich hier auch... Ah, da kostenlose Tickets abgegattert, der Thiele. Das war doch dieses Spiel, wo es kostenlos war. Platz 6. Platz 5. Ne. Also das gehe ich überhaupt nicht mit. Da landet bei mir der RSFZ Nürnberg mit dem Max-Morlock-Stadion. Größe 50.000 Zuschauer. Und genau dort haben wir ein ähnliches Problem wie bei Düsseldorf und Hannover. Der Schnitt, der liegt nur bei 37.000. Es liegt etwas außerhalb der Stadt am Altenreichsparteitagsgelände. Dort ein wirklich sehr schönes, cooles Umfeld. Also die Lage gefällt mir auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Auch vom Aussehen her finde ich es gelungen. Finde ich hässlich. Finde die Tribünen nicht geil. Ich finde auch, wenn man da so drin ist, diese Neigung der Tribünen ganz merkwürdig. Erstmal dieser untere Ring. Es geht irgendwie voll tief rein. Und dann ist die obere Tribüne so drüber. Ne. Feiere ich gar nicht. Weil es eben auch mal ein bisschen anders ist als vielleicht viele andere. Dieses achteckige Bauweise. Das kommt noch hinzu. Dann ist es auch noch achteckig. Finde ich sogar schlimmer, als wenn es rund wäre. Bauweise, die man von oben ganz gut sehen kann, ist ja auch von Anfang an mit dabei. Da steckt sehr viel Tradition drin. Es ist ja auch von 1928. Es ist ein wirklich großes Stadion. Es ist aber auch hier halt für den Klub selber teilweise zu groß für die zweite Liga. Die, die da sind, die machen eine tolle Stimmung. Die Laufbahn, die stört natürlich auch ein bisschen. Aber ansonsten ist es wirklich ein super Stadion. Es macht echt immer Spaß, da zu sein. Wenn es voller wäre, dann wäre es natürlich noch mal geiler. Und dann wäre vielleicht auch hier ein noch höherer Tabellenplatz möglich. Somit kommen wir zu den Top-4-Stadien. Herr Rachmaninoff, danke für dein Stufe 1-Abo. Schon 22 Monate. Peng, peng. Hype-Train nähert sich. Danke dir, mein Lieber, für den Support. In der zweiten Bundesliga gibt es für mich auch relativ wenig zu diskutieren. Ich bin gespannt, wer das möglicherweise anders sieht. Vielleicht kann man über die Reihenfolge diskutieren. Aber die Top-4-Stadien der zweiten Liga kommen für mich eben jetzt ganz klar. Und eines davon ist das Millantor-Stadion vom FC St. Pauli. Gute 30.000 Plätze haben wir hier auf jeden Fall gegeben. Es ist eigentlich immer ausverkauft und von 1963. Die Lage ist natürlich extrem spannend. Mitten in Hamburg am Kiez. Ja, die Lage ist geil. Also die Lage ist richtig geil beim St. Pauli-Stadion, muss ich auch sagen. Und das ist wirklich was Besonderes bei dieser Stadt. Stimmung ist geil, Stadionerlebnis ist geil. Hat auch so diesen englischen Liga-Feeling. Hier noch mit dieser offenen Ecke mag ich eigentlich gar nicht bei Stadien. Aber Standort ist geil, Stimmung ist geil, alles cool. Aber ja, Uli muss schon davor. Von außen sieht es bei der Fantribüne, sage ich jetzt mal es aus, teilweise wie eine Burg. Ansonsten relativ normal geil mit diesen vier Tribünen. Und auch durchaus schon etwas älter in die Jahre gekommen. Aber irgendwie im Gesamtpaket passt es einfach perfekt zu St. Pauli. Auch die Stimmung, die ist richtig stark durch die vielen Stehplätze. Es ist ein geiles Stadion. Es gibt bestimmt Stadien, wo das was ausmacht, wenn du keine Stehplätze hast. Aber bei uns zum Beispiel, das ist überhaupt nicht aussagefähig. Wie viele haben wir Ostkurve und Oberring? Wenn man das als Gesamt-Ostkurve bezeichnet, 14.000 oder so. Irgendwie in dem Dreh. Und da ist ja eine fantastische Stimmung. Und nur weil da Sitzplätze sind, sitzen die Leute ja nicht. Deswegen finde ich, ist das gar kein Indikator. Du kannst auch ganz viele Stehplätze haben und die Leute machen trotzdem nicht mit. ... weit oben und hier eben dann Platz 4. Einen Ticken besser finde ich aber dann noch das Fritz-Walter-Stadion. War ich leider noch nicht da, aber das ist natürlich ein absolutes Legendenstadion. Muss safe vor St. Pauli meiner Meinung nach. ... im 1. FC Kaiserslautern. Platz für 49.850 Zuschauer. Und es ist tatsächlich immer extrem voll. Bereits 1920 wurde es erbaut. Es liegt oberhalb der Stadt auf dem Betzenberg. Und allein das macht es wirklich so besonders. Wenn alle Fans zwei Wochen für zwei Wochen dort hochmarschieren, das ist schon immer wirklich krass. Von außen ist es auch wirklich ein wuchtiges Stadion, was aber eben auch zu diesem Verein passt. Auch innen merkt man diese riesige Dimension. Man merkt aber auch durchaus das Alter. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber mir sind dann solche traditionsreiche Spielstätten deutlich lieber. Das heißt, auch geil ist, dass sie bei 50.000 Zuschauern trotzdem so eine durchgehende Tribüne haben. Das hat schon was. ... als komplette Neubauten, die gefühlt überall stehen können. Die Stimmung und die ist wirklich erstklassig. Diesen Mythos Betzenberg, den merkst du wirklich bei jedem... Sind das in Hannover... Ist das keine Stehtribüne von den Fans da unten? Habe ich so in Erinnerung gehabt, dass das Stehplätze sind. Keiner ist lauter ein Fan und sowas gehört auch eigentlich in die erste Liga. Und deswegen ist es für mich logischerweise Top 3 und da muss wirklich jeder Fußballfan mal hin. Auf Platz 2 landet die Völdnins Arena vom FC Schalke... Oh, nicht auf 1? Dann hat der HSV auf 1. Um das nochmal ein bisschen neutraler zu gestalten vielleicht. Ich hätte es jetzt verstanden, wenn er selber als Schalker sagt, mache ich auf Platz 1. Das hätte ich nachvollziehen können. 62.271 Zuschauerplatz. Auch in Liga 2 ist das Stadion immer voll und es wurde ja 2001 eröffnet. Es liegt am Rande von Gelsenkirchen, direkt an der Autobahn. Manche nennen es ja durchaus schmunzelnd Turnhalle vom Aussehen her. Aber es ist halt eben schon was Besonderes, dieses verschließbare Dach zu haben. Und es sieht eben auch von außen deutlich anders aus als viele andere mit den Glasfronten, mit eben auch diesem verschließbaren Dach. Und von innen finde ich... Naja komm, aber es ist ja am Ende auch... Ein Ranking ist ja immer eine Geschmackssache. Ist ja immer subjektiv, soll ja jeder so entscheiden. Aber kann ja auch jeder dann anders sehen. Das ist persönlich wirklich schön. Klar, ich bin Schalke-Fan, ich bin ein bisschen befangen. Ich kann auch durchaus die Kritik an einem Dach verstehen. Unter Himmel ist es vielleicht nochmal geiler zu spielen, aber für die Stimmung ist es eben auch durchaus geil, das so zu haben. Und es ist auf Schalke wirklich immer eine tolle Stimmung, vor allem auch durch die Nordkurve. Das ist echt stark für die zweite Liga. Es ist ein Megastadion, was für mich auch in die Bundesliga gehört und hier für mich auf Tabellenplatz 2 landet. Der Gästeblock ist scheiße auf Schalke, finde ich auch. ASV ist schon ein sehr geiles Stadion. So ein Stadion für uns wäre schon ein Traum. Und weil ich eben schon wusste, dass dann vielleicht viele schreiben werden, ja der Schalker macht Schalke auf die 1. Ne, ich habe mich hier dann tatsächlich doch für das Volksparkstadion von Hamburger SV entschieden. Dort ist ja Platz für... Aber die Anfahrt ist blöd beim HSV. 57.000, doch das ist eigentlich immer voll. Und von 1953, es liegt außerhalb der Innenstadt. Ich finde es vom Aussehen her echt richtig schön und zwar von außen und auch von innen. Auch hier haben wir einen richtig starken Support, eine tolle Kulisse. Auch das gehört einfach in die Bundesliga. Ich war ja in der aktuellen Saison auch einmal selber da. Ich war echt beeindruckt von all dem, was da wirklich auch zwischen Mannschaft und Fans entstanden ist. Was dort für ein Support. Wobei der Gästeblock mir fast noch ein bisschen zu klein ist. Also der ist zwar sehr breit, aber der ist nicht sehr hoch. Das finde ich dann, wenn wir mal ein Stadion bauen, geiler, wenn wir da wirklich eine richtige Tribüne haben. Mit Stehplätzen. Wie schön auch einfach das Stadion ist. Und deswegen landet es für mich hier auch neutral gesehen auf Platz 1. Und somit war das mein Stadion-Ranking für die zweite Bundesliga in der Saison 20. Na gut. Jeder mit seinem Geschmack. Ich schmeiß euch den Link mal rein. Könnt ihr euch reinziehen. Untertitelung.